Oh, warte mal, es ist kein Stoff da, ne? Das heißt, wenn am Ende die Brust oder die Schultern droppen, kann ich die sogar nieten, geil. Habe ich mal, dass die droppen. Das ist nur ein Trank, ne, ne? Äh, nur was für Intelligenz. Ich meine, es könnte dir auch helfen. Zeig, zeig, du, bam, 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 hier und bam, wie wird es schaden? Diese dramatische Musik hier ist heftig, oder? Ja. Alter, fliegt hier gerade ne fucking Mücke? Alter, ich gewinn hier alles. Ich gewinn hier alles. Ich als Millionär, ja, so ähnlich, ich seh das schon. Ich seh's schon kommen. Ich seh's. Oh, 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 ist das interessant? Den, 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 den. Ich Habe Жalde, ne, welchen Halter, ungefähr, ne? Ich hab jetzt müssen erreichen. Auch noch nicht. Kein, maler mehr. Also, wenn du willst, kannst du. Grapp shot, gib mir maner. 295 alleine. Ein, technisch. Jetzt komm's er hier. Und. Bam. Okay, let's go! Schurke-skillt Fernwachen oder was? Ich steh da hinten und greife was auf Fernwachen an. So, jetzt kommt der Wolf. Hier links gleich ist das Buch, kannst du schon einmal looten. Ich spawne das gleich, hier direkt im Regal. Ich benergier mich kurz. Spaw ich mal noch. Da haben wir nämlich Schultern, die ich lieben kann. Nice, nice, nice. Ich hätte 10 Entschuldung am Ende. Erst noch die Bus droppt, alter, dann... ...GG wird late. Okay, der Boss wird heftig. Kurz noch mal trinken. Volles Mana. Willst du den runter, oder wollen wir umfighten? Okay, dann gehen wir runter. Okay, dann gehen wir runter. Hab ich nicht übernommen. Oh, du willst mich angehalten, das ist gut. Ich gewinne, warum bekomme ich sie nicht? Muss ich mir jetzt mal abholen, oder was? Warte mal, wo ist der Boss gestorben? Da. Ja. Das ist nice. 24, fettes Dingeln. Na guter Run für dich, ne? Ja. Weitere Staußnahmen bekommen, die es hier gibt. Eigentlich ganz geil, die ähnlich finde ich. Weil die eigentlich ja ziemlich klein ist, total verwinkelt ist irgendwie. Na, ich mag die auch. Schön viele Bosse. Schnell durch. Ach komm mal, der Schogart, anscheinend. Holstein hier in Terransmühle ist er schon. Alter, diese fickte Fickfuckmöcke. Die muss ich gleich mal töten gehen, bevor ich mich hier noch sticht, Alter. Ich freue mich schon, wenn ich endlich Anregen bekomme. Ich freue mich schon, wenn ich endlich Wind bekomme. Ich freue mich schon, wenn ich Wind bekomme. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. Ich bringe noch einen mit. Oh. Ich will doch auf, Alter. Jetzt. 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 Ich diese vor Corona fühle mich halt. Es ist in pegar. Ich würde mich also beschäftigen, weil du nicht was'll meine Leute aber so ziemlichyffen. Alter, die ganze Spukreise, da kommen die alle her, ey. Schlimm. Geh gleich mal auf. Bam. 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 Ich geh mal rein in den Raum. Und Edwin war noch ein. Scheiße. War noch ein RTl. So. Jetzt kommt Babel und Ruhestein. Was macht Paladin immer ein Classic? Babel und Ruhestein. Damals ging das noch. Da gibt es noch keinen Master Spell und so einen Scheiß. So habe ich auch, dass wir den T1 gehen, ne? Ja. Oh, ich bin silenced. Ich hab's gesilenced für drei Jahre. Kein Problem. Wie kommt, wie ihr sie. Bam. Ich drück nur die dicksten Heals hier. Ich glaube, der Priest ist echt Heal. Irgendwie so richtig Shadowskills seh ich ihn nicht machen. Ich mach immer nur Schatten-Dings-Kirchen da. Und nen Zauberstab-Only. Da haus immer Babel-Schild und Dings-Trauerz oder so. Das ist ja auch kein Genre-Typ. Hm. Ich denke aber sowas von, das machen wir richtig, Alter. Wenn wir erstmal alle Level 60 sind, dann gehen wir darauf auf irgendwelche Leute abfacken. Richtig abfacken, die Leute. Machen wir wieder Guild-Evalued. Und dann werden sie das Schrecken zu spüren bekommen. Das Schrecken. Ihnen Schrecken werden sie zu spüren bekommen. Hier sind der Schrecken, der die Nacht durchwandert. Oder durchfladert. Oder wie sei das. Dim dim didilim. Dim 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 didilim. Bim bum 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 bum. Dim 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 vier lander gekommen total jungs erst bringt gar nichts jetzt hätte zu 24 dann bist du das gewonnen genau genau in dem moment als du gesagt hast ja kühle reihe gerade noch mal kurz welche beiden items man ziehen aber in den fetten heißen gürtel kino 1 oder krieger werfen werfen kino was ich weiß die jahre ach jerry als oder die items richtig was fette rober der zehn wille 9 15 ausdauer gehört lässt keine mit zehn in drei wille ich werde buch soll er richtig schweller nice 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 sich aus wie kasse mit der robe cool 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 was weiß sie sich in den starb alle diese scheiß mücke setzt sich hin und ich klatsch dich den elf und ausdauer wieder und fünf und 15 wille hose ich hab sie ja kurz auf k